10, 8, äh, aber wo ist denn hier der, was ist denn mit Firmin Royeux, was ist das denn für einer? Logbuch, Moment. Mhm, ein Kanonier, ein bisschen Gefährten. Okay, dann kriegt der einfach einen Musterschüler wieder und den Bücherwurm, weil der Kanonier ist, dann auch Kanoniersachen, ich bin nur gerade echt irgendwie, es ist blöd, dass die hier alle, die alles verlassen, äh, oder mich alle verlassen. So, dann wollen wir noch mal sehen, ob wir hier vielleicht einen Offizier finden. Einen Entermeister hab ich, ich bräuchte. Wollen wir später noch mal kommen? Hm, hm, naja. Ah, jetzt muss ich mir wieder Leute suchen. Was sind wir denn hier? Was sind wir denn hier? Gibt's doch nicht. Hm. Ja, dann ist jetzt die Frage, was machen wir? Am besten wohl, äh, irgendwie Geld ranschaffen. Und das am besten, indem wir irgendwelche Schiffe überfallen, würde ich mal sagen. Von daher, einfach auf die Karte, Gas geben und Schiffe suchen. Patrouille, unter holländischer Flagge. Damit haben wir ja kein Problem. Moment, was ich jetzt nochmal kurz gucken wollte. Aha, unter Piratenfahne. Schön. August, Adonimo. Schule, Kirsch, ein Lagerhaus fehlt noch. So, was haben wir denn für Schiff bei den Gegnern? Was sieht nach einer Galleone aus? Zwei Galleonen und zwei Schoner. Muss ich mal tippen. Ähm, entern. Gehst du auf den hier und entern du auf den hier. Und ich guck, wen ich erwische. Hm, haben wir nämlich gerade angeschossen. Äh, Segeln nach. Weil ich will die ja, äh, haben. Von daher, wo sind sie denn? Ich hab doch gesagt, entern. Wie soll man denn da Geld machen? So kriegt man doch nur Erfahrung. Entern. Entern. Und da. Ist mir jetzt urscht. Entern irgendeinen. So, danach. Blöde Nummer. Wieso schießen die andauernd, wenn sie doch nur entern sollen? Außerdem sind immer noch Kanonen drin. Äh, äh, Bomben drin. Okay. Jetzt gehen wir nochmal da. Und das war ein Fehler. Hauptsache, meine Schiffe allein nicht so wirklich schaden. Auch wenn man davon gerade nicht viel merkt. Ey, die sollen ja nicht mal aufhören. Was haben die für ein Problem? So, beide Segel streichen. Fertig, aus. So, hab das. Jetzt muss ich hier mal ein Line-Gilz machen. Ja. So, klasse. Einfach ein Schiff nach dem anderen versenken, oder wie? Kann man mit den... Hab ich eigentlich noch einen Enter-Meister da, oder sowas? Nein, jetzt hab ich überhaupt einen Enter-Meister noch. Bootsmann. Entern. Mir fehlt der Bootsmann. Scheiße. Hm. Toll. Gut, jetzt ist die Frage, was machen wir kapern? Dann nehmen wir es doch gerade mit. Wir laden alles auf meinen Kahn. Ich müsste mal hier Zimt- und Sandelholz loswerden. Das ist die Frage. Simpel nach. Zu weit weg, war ja klar. Schleichen. Das bringt mir ja auch nichts. Das wollen wir doch mal sehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte ankern. So. Vor. 34 Kanonen. Hm. Der macht lieber seinen Dreher da. Ich verstehe ihn einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So. Hafen. Der schnelle Weg. Hm. Lassen wir den Laden, den Kram verkaufen. Noch mal weitersehen. Die besten Waren zum Spottpreis. Puh. Ähm. Kanonenkugeln runter. Traumferne. Bomben bleiben bei mir mal drauf. Blankenhagen auch. Ah, Goni kommt runter. Das war es auch schon. Kanonenkugeln hat der nur noch 30. Wie soll der noch 30? Hm. Das ist ja unglaublich. So, du kriegst die Bomben abgenommen und kriegst gleich von mir noch Knippel. Davon habe ich ja genug. Nahrung behältst du auch. Der hat nur noch 19 Kanonenkugeln. Puh. Das ist leicht kompliziert gerade. So ein zweiter Manowar ist vielleicht gar nicht so gut. Wenn einfach permanent alles und jeder versenkt wird. Meine Werft steht euch zur Verfügung, Kapitän. Hm. Mann, 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 Mann. Nur noch 80.000. 70.000. Jetzt kommt noch die Reparatur dazu. Und noch weniger. So schön es auch ist, so Schiffe zu haben. So schwierig ist es auch. Wollen wir mal sagen. Den müssen wir uns nicht unbedingt anlegen, oder? Oh. Falsche Reihe. Kriegsgeschwader. Englische Flagge. Na, was soll's. Hm. Auf zum Heck und gucken. Ein... Schlachtschiff. Sehr interessant. Ähm... Ich würde mal sagen, was speichern wir nochmal? Und dann... Und dann... Geht's erstmal raus. So, die fahren ja in dieselbe Richtung. Die dann... Äh... Verteidigen... Nicht. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Ich segel... Ich segel... Oh Gott. Alles. Oh oh. Ich wollte das eigentlich haben. Ähm... Schlachtschiff. Da sind ja noch andere. Da sind ja noch andere. Siegeln nach. Siegeln wir einfach mal da hin. Was? Das ist noch... Ne. Oh. Ich wollte schon sagen, noch ein Manowar wäre... Noch einer zu viel. Ähm... Die schießen mit Knippeln. Oh Gott. Das Schiff wurde versenkt. Und wir laden wieder. Okay. Moment. Nein. Nachladen. Knüppel. Segel. Entern. Die Palace. Und wo die Hewson. Und ich werde mich... hoffentlich über die... Justy hermachen. Hm. Kommen also doch direkt vor der Flinte. Das muss ich doch noch mal gucken. 80 Kanonen. 1000 Leute. Und die scheinen fast wendiger zu sein als... in meinen Manowar. Das ist natürlich echt interessant. Ähm... Kann ich die mal entern? Ach shit. Mir fehlt ja der Entermeister. Hm. Meine Fresse, ey. Ohne Entermeister ist das total schwer. Ohne Entermeister ist das total schwer. Ohne Entermeister ist das hinzukriegen. Kannst. Ohne Entereiner. So. Ich denke mal... ...dass meine... ...Fregatte... ...jetzt schon mal ausgedient hat. Und dass ich deswegen mich da jetzt einweise. Ich bin nur noch verwirrt. Dieser andere mit 21, was ist das für einer? So. Betreten. Oh, die Taste gedrückt mal wieder. Ähm, jetzt wird's wirklich gleich spannend. Was für Eigenschaften dieses Schiff hat. Vor allem, weil ich jetzt drei Stück vor mir habe. Und ich damit praktisch, theoretisch, mein gesamtes Geschwader jetzt ersetzen könnte.